Mehr als 100 Online-Meditationen und Coachings sowie Kurse in russischer und deutscher Sprache bestätigen den Erfolg des Konzepts, das Reflexzonenmassagen mit Bioenergie und Meditation verbindet. Die Methode bringt schnell Ergebnisse und verbessert auf Dauer ihre Gesundheit und transformiert den Menschen. Sie selbst, die eine Transformation von Hydrologie-Ingenieurin zu energetischen Heilerin in Israel erlebt hat, ist heute mit ihrem gesamten Wissen zu uns gekommen. Hier ist sie, Olga Böhme Solomonauskaya! Meine Motto lautet, weg von Ärger und mit klarem Kopf. Sie kennen bestimmt eine Situation, kennen Sie alle. Eine Situation, wo Sie wirklich verärgert sind und einige Gegenüber hört nicht auf, Sie zu ärgern. Sie macht immer weiter und immer weiter. Und Sie sind irgendwann so genervt, dass Sie wollen einfach dem Gegenüber einfach reinhauen. Statt Faust zu ballen, nehmen Sie bitte jetzt alle... Nehmen Sie bitte alle rechte Hand, rechte Daumen. Versuchen wir einfach. Und legen Sie auf die Spitze von Zeigefingern. Und massieren Sie im Kreis der Bewegungen. Dabei einfach tief einatmen und ausatmen. Sie können auch weiter auf andere Finger aufmachen. Das ist eine sehr gute Methode. Es funktioniert einfach so, dass Gehirnzellen bekommen mehr Sauerstoff. Dadurch wird klar, wir sind ruhige und unser Chef, der wahrscheinlich gegenübersteht, verwirrt. Aber wir gehen ein bisschen weiter, wenn Sie einverstanden sind. Wir machen kleine Meditationen. Ich glaube, es hilft in dieser Zeit euch alle und mir auch. Einfach bitte schließen Sie die Augen. Tief einatmen und tief ausatmen. Dabei stellen Sie vorgedanklich Ihren Kopf. In diesem Kopf stellen Sie wie ein Behälter. In diesem Behälter befinden sich verschiedene Erwartungen. Erwartungen, die sind wie eine tickende Zeitbombe, wenn sie nicht in Erfüllung gehen. Und die sind wiederum, liegen da, energetisch wie eine Knoten. Finden Sie so eine Knoten jetzt und lösen Sie gedanklich das auf. Und die Fäder ziehen Sie und verbrennen im Feuer von der Klarheit. Jetzt einfach nochmal tief einatmen. Bringen Sie dort, wo die Knoten waren, helles Licht von oben. Und bitte ausatmen und wieder hier kommen. Wie geht es Ihnen? Bitte eine Botschaft an Sie. Frei von Ärger und klar im Kopf. Und das kann man mit Meditation schaffen, mit Energie und auch Reflexologie. Probieren Sie aus. Vielen Dank euch und bleiben Sie gesund.